Ja, und mit Wellness und Gesundheit geht es hier weiter bei uns bei Pearl TV im Live-Programm. Und da muss ich sagen, Wellness und Gesundheit, da denkt man immer so an ein Wellness-Wochenende oder einen Wellness-Urlaub. Und wenn man sich den da mal im Kopf zusammenreimt, was da alles dabei ist, ist mit Sicherheit eines dabei, nämlich eine Massage. Da lässt man sich mal richtig verwöhnen. Jetzt können wir nicht jeden Tag Wellness-Urlaub oder Wellness-Wochenende machen. Und wir können Ihnen hier auch kein Wellness-Wochenende verkaufen oder vorstellen. Aber die Massage für zu Hause und das in einer unglaublich luxuriösen Variante, die haben wir Ihnen jetzt dabei. Und wie das geht, das zeigt Ihnen jetzt Kathi. Mit einem tollen Deluxe-Massage-Gerät, das ich hier für Sie habe. Das ist Entspannung pur. Das ist einfach total fantastisch. Mit das Beste, was ich persönlich je erlebt habe. Sensationelle Technologie, die wir hier haben. Wir schauen uns das Ganze einmal von unten an. Da sehen wir hier diese fantastischen Massageköpfe. Diese Technologie ist ganz neu und speziell entwickelt für eine sensationelle Körper- und vor allem auch Kopfmassage. Denn hier sind diese vier Massageköpfe eingesetzt. Und auf diesen Köpfen sind diese kleinen Massagearme mit jeweils diesen kleinen Silikonnoppen. Das simuliert wie so ganz kleine Massagearme mit kleinen Fingerchen drauf. Und Sie sehen, das ist ganz weich und flexibel gestaltet. Trotzdem mit einer gewissen Härte, sodass hier die Massage perfekt ausgearbeitet werden kann. Das Schöne ist, das ist hier alles auch unter Öl bzw. Wasser zu verwenden. Also wasserdicht. Sie können das perfekt dann auch mit einem schönen Massageöl verwenden. Und zum Beispiel auch unter der Dusche. Hier sehen wir das. Ideal auch geeignet zum Beispiel, um mal eine schöne Haarkur aufzuarbeiten. Gerade für die Damen oder auch zum Beispiel für die Herren, die vielleicht die ein oder andere Haartinktur mal auftragen müssen. Ich kenne persönlich einige Herren, die da so ein paar Probleme mit dem Haarwachstum haben. Das kommt ja oft dann auch, dass man vielleicht so die ein oder andere Geheimratsecke hat und da das ein oder andere Mittelchen benutzt, um da so ein bisschen das Haarwachstum wieder anzuregen. Das muss man aber speziell auftragen. Und das steht dann auch immer auf der Verpackung, haben Sie vielleicht selber auch schon gelesen, ganz vorsichtig einmassieren. Das bekommt man aber mit den Fingern gar nicht so richtig professionell hin. Mit so einem Gerät, das diese kleinen Noppen vorne dran hat, wird die Kopfhaut speziell eingeregt und die Durchblutung angeregt. Und da können gerade so Sehren, Tinkturen, Haarkuren, habe ich die Erfahrung gemacht, perfekt eingearbeitet werden. Also jetzt sind wir beim Kopf, aber das ist ja am ganzen Körper einzusetzen. Natürlich. Also man muss das mal fühlen, wirklich, da sind ja pro Kopf sind sieben dieser Noppen drauf und da nochmal drei Spitzen. Das ist so schon unglaublich angenehm. Aber sobald wir es jetzt einschalten, ja, da sehen wir dann auch diese Massage. Das ist jetzt die erste Stufe. Du kannst nochmal draufdrücken, dann wird es sogar nochmal schneller. Dann geht es in die zweite, natürlich, das kannst du auch. Oh, Wahnsinn. Und das einfach aufgesetzt. Jetzt mal zum Beispiel schön, Sie können sich ja selber verwöhnen, wenn Sie das möchten. Einfach mal so ein bisschen selber vielleicht in den Schulternackenbereich. Ich helfe dir noch ein bisschen. Oh, Ralf. Also da kann man auch mal den Partner damit verwöhnen, auch wenn man ein bisschen linke Hände hat, was Massagen angeht. Aber ich glaube, da kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Sind die Batterie betrieben, Kathi? Das läuft hier mit einer Akkutechnologie. Sie haben eine Ladestation mit dabei und dann einfach verwöhnen. Das ist das Schöne, das kann man ja auch mal mitnehmen unter die Dusche halt für die Kopfmassage oder auch abends ins Bett, aufs Sofa. Und Sie sehen das, das ist ja hervorragend, um sich hier so schön zu verwöhnen. Das fühlt sich so gut an, das Ganze. Das ist so perfekt. Oh, herrlich. Natürlich hier im Schulternackenbereich. Und Sie sehen das, diese kleinen Fingerchen, die hier perfekt natürlich diese Stellen dann entspannen und wunderschön passieren. Das ist einfach himmlisch. Also für Kopf und den ganzen Körper und hier natürlich Durchblutungsanregen. Das ist vor allem natürlich sehr, sehr gut bei der Kopfhaut. Ich habe mal beim Friseur Sie vielleicht auch mal den Genuss gehabt, eine so richtig schöne Kopfmassage zu bekommen. Das ist unglaublich angenehm. Und ich glaube jetzt, hier ist es noch besser, weil da gleich 7 mal 4, 28 dieser Noppen hier mich massieren. Und was ich natürlich schön finde, ist, dass es, das sind übrigens die Ladebuchsen hier, dass es akkubetrieben ist. Das heißt, keine Batterien, Ladeschale ist dabei. Und immer, wenn ich es nicht brauche, stelle ich es da rein, dann lädt es sich wieder auf. Und dann ist es bereit für die nächste Massage, wenn man sich selber massiert oder auch mal den Partner. Und jetzt haben wir gesagt, hier Durchblutungsförderung. Jetzt muss ich fragen, ist das auch gut für zur Straffung des Bindegeläts? Natürlich, gerade bei den Damen jetzt. Ich verwende es auch gerne mal für die Beine zum Beispiel. Hier können wir es nochmal anschauen. Das ist die Ladestation, da kommt es einfach rein. Sie können es aber auch perfekt natürlich für die Beine benutzen. Gerade wenn man die Beine dann hat und man sagt zum Beispiel hier, das ist dann einmal die Wade, die so ein bisschen zum Beispiel auch Schmerz, Verspannung hat. Da kann man es hervorragend einsetzen. Aber dann auch weiter oben zum Beispiel am Oberschenkel. Wir Damen neigen natürlich da auch mal zur Cellulite, eine Orangenhaut. Da ist das perfekt, um dann auch diese Cremes zum Beispiel einzuarbeiten, die man gerne mal hat. Das funktioniert damit hervorragend und strafft natürlich dann auch ganz toll das Bindegewebe. Dafür ist das ideal, weil mit der Hand kann man natürlich gar nicht so toll massieren und das Bindegewebe straffen, wie das dieses tolle Gerät kann. Schauen Sie sich das mal an. Da wird natürlich richtig das Gewebe genommen und gestrafft. Das merkt man richtig. Man hat dann auch, ich habe persönlich dann sofort immer diesen Effekt, dass ich merke, oh, da tut sich richtig was. Ich spüre das wirklich sofort, dass da was passiert. Gerade wenn man das auf Stufe 2 schaltet, das geht dann so richtig los und dann wird da richtig losmassiert. Also man fühlt es schon nur allein an der Hand. Also ich mache es gerade an der Hand, das ist auch sehr angenehm. Was ich natürlich toll finde, ist endlich mal ein Massagegerät, bei dem ich auch Massageöl verwenden kann, ohne dass es irgendwelchen Schaden nimmt. Das ist abwaschbar, es ist wasserabweisend. Also selbst, du hast es ja vorhin gesagt und wir haben es auch gesehen in dem kleinen Film, selbst unter der Dusche anwendbar, während man sich die Haare wäscht. Also das finde ich klasse und jederzeit jetzt griffbereit. Das kann ich auch mal mitnehmen ins Büro und in der Büropause mich auch da mal ein bisschen entspannen durch eine Massage. Also ich glaube, das Anwendungsgebiet von so einem schönen Deluxe-Massagekopf ist wirklich vielfältig. Das ist es. Und Ralf, soll ich dir was Lustiges erzählen? Selbst dann nicht nur wir Menschen, die das natürlich total lieben. Wie du siehst hier, Diana ist ja total begeistert mit ihrem tollen Massagegerät unter der Dusche. Nein, es gibt mittlerweile auch weitere viele Freunde von diesem Massagegerät. Ja, selbst die Tiere sind total begeistert. Diese Woche habe ich im sozialen Netzwerk ein Katzenvideo gesehen mit diesem Massagegerät auf dem Kopf. Ja, das, das, oh, da. Ach, schön, das ist es. Auch die Katze liebt es total. Guck mal, die ist ja auch natürlich, die Katzen wollen ja immer gekrault und massiert werden. Die Katze ist, gucken Sie mal, total begeistert. Ist das nicht süß mit diesem Massagegerät? Haben Sie auch eine Katze zu Hause? Die wird das auch total lieben. Natürlich, du schnurrst sofort wie ein Kätzchen, wenn du damit massiert wirst. Ich habe jetzt auch eine Katze zu Hause, die heißt Psycho, ja, also da werde ich das auch mal ausprobieren. Also normalerweise, ich muss es ehrlich sagen, normalerweise heißt meine Katze Othello, aber ab und zu spinnt sie und deshalb heißt sie zur Zeit Psycho bei mir. Aber nein, die streichelst du ganz lieb, plötzlich beißt sie dich. Ach nee, da gibt es so viele Geschichten, aber ich glaube, das, also jetzt, jetzt schweifen wir natürlich ab in die Tierwelt, aber natürlich, was Katzen gut finden, finden wir Männer mit Sicherheit, Menschen, Männer und Frauen mit Sicherheit auch gut. Das ist natürlich für uns Menschen gemacht, aber es ist ja abwaschbar. Warum soll nicht mal die Katze oder der Hund damit verwöhnt werden? Also ich finde das klasse. Jetzt dachte ich wirklich, ich war der Einzige, der dieses Video gesehen hat. Jetzt hat unsere Regie ohne mein Wissen dieses Video schon geladen gehabt. Ich finde das toll. Ich finde es phänomenal. Aber jetzt nochmal auf die Kopfmassage zu sprechen, zu kommen. Das einmal auf dem Kopf angesetzt, ist phänomenal. Paarmassage. Auch wenn Sie zwei linke Hände haben. Viele sagen ja, ach, ich tue mich da schwer, ich kann das nicht. Mit diesem Gerät werden Sie zum Massage-Profi und können Ihren Partner, Ihren Partner, Ihre Partnerin mal richtig verwöhnen. Und das Ganze für 47 Euro und 41 Cent. Das ist unser TV-Sonderpreis. Und wenn ich bedenke, was du heutzutage für eine einzige Massage zahlst, das sind je nachdem zwischen 40 und 100 Euro. Und für 47 Euro, 41 können Sie sich massieren lassen oder selbst massieren, wann und wo immer Sie möchten. Die Bestellnummer ist die NX 3207 und die 569. Und wie gesagt, für gerade mal 47,41 Euro kommt dieses Verwöhnprogramm für, wie wir mittlerweile gelernt haben, Mensch und Tier zu Ihnen nach Hause. Also Sie gehen jetzt ran ans Telefon. Und wenn Ihr Hund oder Ihre Katze es genauso liebt wie Sie, dann schicken Sie uns doch gerne auch ein Video. Wir freuen uns drauf.